Wir vom Wohlfühlmodehaus Mittermeier aus Wildenau, Matikofen, Braunau und jetzt auch in Ried. Wir wollen unsere Kunden nicht nur mit unserer Mode begeistern, sondern auch etwas Ruhe und Zeit schenken. Ich persönlich wünsche allen ein frohes Herz, viel Freude, Glück und Liebe und das nicht nur zu Weihnachten. Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei allen unseren treuen Kunden, Mitarbeiterinnen und Freunden unseres Hauses für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und wünschen ihnen ein friedvolles, schönes Weihnachtsfest und wie man auf gut impfterisch sagt, ein recht gutes neues Jahr.